Dieser Pakt, dass die Scheiße immer zu ist. Ich muss sie jetzt mal aufmachen eben. Oh, warte, den brauchen wir schon. Au! Au, ich bin tot, Alter! Alter, das gibt's doch gar nicht. Was machst du denn? Ich war nicht... Scheiße! Alter, warum? Hättest du mich gleich abknallen lassen. Endlich. Danke, Jungs. Bitte. Wo ist der Piere? Jetzt ist er gebrochen. Alles gut. Deswegen macht er keine Säbze. Einmal gebrochen ist, Alter. So, ich mach mal das Licht wieder an. So, na dann, rüber. Oh, mit ihm nicht in Ordnung, Alter. Hä? Oh, ne? Wenn wir Glück haben, ist vielleicht der Sniper-Skev schon oben. Wenn wir viel Glück haben, schießt er uns... Da ist er schon. Schießt er uns nicht gleich den Pädel weg. Oh, es sind sogar zwei. So, wir schleichen uns dezent ins Gebüsch. Oh, au! Lauf, du Idiot! Mann, wie der an dem Gebüsch klebt. Ehe da so aus diesem Gebüsch rausgeleiert ist, Alter. Da war noch ein Skev unten scheinbar am Bunker. Den hab ich gar nicht gesehen. Damit hätte ich nie gerechnet, dass da schon einer ist. Tim, danke fürs Reinschauen. Gut, dir auch. Viel Spaß, Tim. Tschüssi. Ob sie uns schon vergessen haben? Wo ist der? Ich seh ihn halt nicht, Alter. Leck mich doch am Arsch. Au! Was willst denn du? Alter Schweder. Da macht der Ernst. wir sind ja bloß am ressort ist ja nicht so schlimm wir kommen kaum spieler her dann hätten wir hinter uns oder besser der als hinter sich durch den skipper meinst du? ach da liegt er blüht 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 Untertitelung. BR 2018 Shit! Ah! Eher so den Splint nimmt. Eher so den Splint. Alter, verarsch mich nicht. Jetzt muss ich nachklippen. Kann sein, dass er jetzt hier irgendwie rumläuft. Sende-Bowser. Was ist mit dir? Ich bin tot. Der kam gleich um die Ecke. Mist! Oh ey, da war so ein Zweig. Ich dachte, da steht einer. Alter Mann, bin ich heute schreckhaft. Oh, da kommt einer vorne an der Wand. Oben am Felsen. Mach ihn kalt! Er ist tot! Nein! Nein! Ich bin tot, oder? Nein! Aber du hast noch Granaten geworfen. Er ist tot. Okay. Danke! Äh, ich denke schon. Warte, ich muss mal gucken. Ja. Da liegt, glaube ich, schon tot aus, Kev. Oder sowas. Hier wurde gelootet. Ja. Alter! Ich habe mich erschrocken. Genau. Bei dir. Bei dir. Die Klo. Minus. Super. Warte, gucken. Nicht, was wir noch haben. Feiner ist. Brauchst du noch irgendwie Kopfhörer oder sowas? Oh, guck ich. Das hört sich nach Urlaub an. Habe ich Urlaub gehört? Ja. Alter, du bist ja schon Wochen und Monate zu Hause. Ja, zu Hause. Aber ich war noch nie im Urlaub. Ach so. Naja. Urlaub, nee. Mit meinen Eltern. Echt, ja? Quatsch. Quatsch. Ja, wirklich. Mit Jan und noch nicht weggefahren. Wir sind einmal nach Brandenburg, einen Kumpel besuchen. Aha. Und einmal war man in der Schweiz. Den gleichen Kumpel besuchen. Auf der Alm. Aber eigentlich, nee, waren wir noch nie im Urlaub. Jetzt sind wir Zeit. Ja, jetzt hab ich mal einen Hund geholt. Und das ist immer so. Das ist im Urlaub immer nervig mit dem Hund. Ja, ja. Kein Stress. Am liebsten würde ich ja ganz viel Geld auf dem Konto haben und mir einen Bus ausbauen. Ja. Oder gleich ein fertiges Wohnmobil kaufen. Aber naja. Aber was mir mal gut gefallen hat, war Mecklenburger Seenplatten. Da kannst du so eine kleine Hütte mieten. Das kostet glaube ich auch nicht die Weltbäune und so. Dann kannst du ein paar schöne Tage mal mit Jan und verbringen. Ja, aber wir haben keine Zeit. Das ist halt das Ding. Du musst doch mal die Baustelle, Baustelle sein lassen. Naja. Nicht so einfach. Schwer ist. Ich kenn das doch nicht. Ja, morgen auch einer. Naja, wir waren auch vor vier Jahren das letzte Mal, oder überhaupt das erste und letzte Mal in Spanien. Wir waren mal auf Mallorca. Das war okay. Aber hat mir nicht so gut gefallen wie Festland Spanien selbst. Gefällt mir richtig gut irgendwie. Aber da wollten wir dieses Jahr hin, aber das Ganze nicht bezahlen, Alter. Die Finca ist mehr als doppelt so teuer. Die Flüge sind teurer. Ne, außerdem brauche ich ja mal meine Kohle für Rechner, falls der mal wieder erschwinglich ist. Das ist mir jetzt echt wichtiger als mal 14 Tage in der Sonne liegen oder 10 Tage. Jedenfalls nicht für das Geld da raus ist. Ich verstehe die Leute schon, klar. Die haben Einbußen gehabt jetzt durch Corona und so, aber trotzdem. Ich meine, scheißes Geld ja auch nicht, weißt du? Naja. Deswegen verdienst du ja nicht automatisch mehr. Ja, um eben. Oh. Geht los, Leute. Lask, aber dann... Achso, Reha. Für mindestens vier Wochen. Oh, das ist... Dann drücke ich dir die Daumen. Das ist alles... Gute Besserung. Genau. So, du musst gerade hinterrennen, Leute. Ne, ist das nicht hier gleich rechts gewesen? Oder hier? Hier ist es doch, oder? Ne, hier. Hier ist es. Achso. Matze, du bist mein Held heute. Ja, danke. Alter. Ich geh in die 2 hoch. Benji, wo bist du? Ne, ich bin draußen noch. Ja, kommst du mal rein und schließ mal. Ich hab die 104 mit, nicht die 114. Da. Ups. Du wollte ja oben spawnen Scaffs, ne? Ja. Okay. Oh, und sonst ist da einer. Das kommt nach oben. Das kommt nach oben. Das kommt nach oben. Ich hab's gesehen. Schießt da einer. Beudel. Die Sache ist so schlecht, ey. Wo ist der? Wo, wo? Was? Da sind die Spieler auf, Leute. Wo denn? Wo denn? Wo ist denn der? Wo ist denn der Beudel? Der war grad bei mir nicht da. Ey! Ey, Benji, ich dachte, das warst du. Ne. Bist du auch tot? Ich bin ganz links am Exit. Ach du Scheiße. Ich dachte, du kommst vor die Rand, Alter. Da ist er. Da ist er, der Bitter. Du hast Schwein gehabt. Er hat schon den Plan, dich zu erschießen und deine... Oh, Alter. Auf die Sekunde. Meine Leiche zu schänden. Genau. Ja. Auch. Ziehbecken. Wir hätten dich... Wir hätten dich nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Ja, Perverslinge. Mhm. Und hätten erstmal geguckt, ob du frischen Schlüpfer an hast. Schön von hinten. Schön. Genau. Musik außen. So. Bei der Steffbude. Hab ich eingesackt. So. Weiter geht's. Der Beude erzählt keinen Mist. Aber da kann man sagen, was man will. Und jetzt kommen wir hier ins versunkene Dorf. Oder wie ich manchmal sage, ins... Was hab ich gesagt? Verbranntes. Abgebranntes. 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 Abgebranntes.